Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Eden-Splitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Krumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ dann den Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London. Wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Vater. Du könntest dein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du... Jacob Fry. Vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja. Los. Auf nach London. Ich weiß, ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm. Isabel. Was für eine Überraschung. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Ach. Oh, Scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Masterberg. Agent Acosta. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung. Fangt sie ein. Die mussten nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evys Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Ui, pass auf. Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Langfinger. Halt. Ui, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Syndicate. In London, Whitechapel. Endlich angekommen. Und direkt bestohlen worden von einem kleinen Jungen. So ein mieser kleiner Gauner. Wo ist der hin? Der ist ganz schön schnell unterwegs. Ich meine, wir sind ein erwachsener Mann. Und der Junge hier, der hängt mich ab. Alter, komm schon, kleb hier nicht an der scheiß Mauer. Okay, der ist weg. Der ist weg. Ich glaub, den konnte ich auch gar nicht fangen. Ah, hier drüben. Hier drüben rennt der wieder. Der will wohl Katz und Maus spielen, ha? Ich muss sie wirklich gleich töten. Wow, 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 easy Partner, ganz easy. Und der Hut ist unten. Das bedeutet, damals warst du so gut wie tot. Wenn der Hut unten ist, warst du so gut wie tot. Alter, der Arm ist durch. Ah, der hat schon was drauf. Schöner, harter Kampfstil. Ja, das gefällt ihm. Und natürlich noch ein Rennen. Es muss immer so ein Rennen am Anfang geben. Ja, sie ist deutlich schneller als wir, oder? Obwohl, wir schließen hier ein bisschen auf. Go, Jacob, go! Und einmal hier rüber, sehr gut. Und jetzt hier nach oben. Nehmen wir die Rampe hier. Das war keine gute Idee, ha? Egal, es geht auch so. Wir haben magische Finger. Wir können wie Spider-Man an jeder Oberfläche kleben bleiben. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green. Zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starric erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja. Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starric an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk, die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniform. Und ich kann entrechtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Oldbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns... The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden! Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Moment mal, die sind erst 20 Jahre alt. Der Typ sieht aus wie 30. Ich meine, bei ihr würde ich es ja glauben, aber er hier? Na gut, gehen wir mal nach oben. Synchronisieren wir. Moment, kann ich hier ans Rohr? Hm, normalerweise müsste doch sowas gehen. Aber das Klettern haben die noch leichter gemacht. Also mittlerweile geht ja wirklich alles komplett automatisch. Und Synchro... Was Staric dieser Stadt angetan hat. Whitechapel strotzt nur so vor Verbrechen. Kinderarbeit, trotz aller Vorschriften. Eine Gang namens The Blighters kontrolliert die Straßen. Und die Templer ziehen im Hintergrund die Fäden. So ist es in jedem Stadtteil. Wir müssen diese Stadt den Menschen zurückgeben, die sie überhaupt errichtet haben. Wir befreien London von Staric. Sie haben mein Wort. Und die Rooks. Miss Fry, Ihre Passion ist inspirierend. Kommt. Wir kehren zu meinem Geschäft zurück und ich bringe euch auf den neuesten Stand. Alles klar, Henry. Und der Todessprung. Ich wäre sowas von tot. Ein bisschen Heu. Scheiße, Mann, ist das Ding hoch. Und... Bam. Bam. Na, wie geht's dir, Schwesterherz? Rücken noch ganz? Gut. Wir müssen so langsam gehen. K.Log sucht nach mir. Wer ist K.Log? Einer von Starics Gang-Anführern. Was will er von Ihnen? Er hat es auf meine geheime Forschung. Zu einem der Vorläufer-Artefakte abgesehen. Den Innensplitter. Erzählen Sie mehr von diesen Blighters. Da er eine Armee brauchte, versammelte Staric den Abschaum der Unterwelt. Einige der Gangs wollten das verhindern und wurden regelrecht abgeschlachtet. Jetzt sind nur noch die Klinkers aus Whitechapel übrig. Doch die sind keine Gegner für die Blighters. Dann schauen wir uns diese Klinkers doch mal an, oder? Genau nach solchen Leuten suchen wir. Das ist nicht dein Ernst. Evie, Sie sind bereit gegen die Blighters zu kämpfen. Das ist meine Chance einzugreifen. Achtung London, hier kommen die Rocks. Ich finde den Namen gut, oder? Die Rocks. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Die Rooks. Die Rooks. Die Rocks. Ja, kann man nehmen. Diese verfluchte Stadt. Keiner passt auf, wo er hingeht. Ja, ist mir aufgefallen. Verfluchter Drude. So werde ich nie fertig damit. Nur die Vorsehung weiß, wohin es diese Worte nun verschlägt. Ich muss an die Arbeit und sie ersetzen. Falls Ihnen der Sinn nach einer Geschichte steht, finden Sie mich dort, wo das L warm und die Gemüter heiß sind. Tada. Was für ein komischer Mann. Das, Mr. Fry, war Charles Dickens. Er kennt einfach alles und jeden in dieser Stadt. Wenn ich Sie wähle, würde ich diese Verbindung in der Hinterhand halten. Kelloggs Gang ist in der Nähe. Sie dürfen mir nicht zum Laden folgen. Wir machen das. Hier. Die könnten vor Nutzen sein. Oh Gott, das hoffe ich. Meine Kutsche ist nicht weit. Lockt Sie damit auf eine falsche Fährte. Wir treffen uns bei meinem Geschäft. Okay, ich muss sagen, London ist wirklich sehr beeindruckend. Rammen, antreiben. Okay, das ist ziemlich abgedreht. Das ist wirklich unheimlich abgedreht. Ich meine, GTA mit Kutschen und Pferden. Boah, habe ich die zerlegt. Aber ich finde es cool. Die Kutschen sind wirklich wahnsinnig cool. Sag nicht, dass du jetzt schon für diesen Typen schwärmst. Wie? Schon verliebt? Ich dachte... Ich dachte, wir beide... Also, nicht Jacob und Ebi, sondern Keith und Ebi könnten irgendwie zusammenkommen. Aber gut. Sie steht auf indische Männer. Der Mann ist doch aus Indien, oder? Und der Gaul macht sich selbstständig. Naja. Da. Haben Sie sie abgeschüttelt? Wir haben noch viel mehr getan. Wer sind all diese Leute? Im Laufe der Jahre gelang es mir, einige Verbindungen in dieser Stadt zu knüpfen. Wunderbar. Wir werden gezielte Hilfe... Gezielte Hilfe. Wir übernehmen Starrix Gangs und schmälern seine Macht. Du denkst nicht weit genug. Starrix hat seine Finger in jedem Zweig der Gesellschaft. Wir müssen es ihm gleich tun. Das sehe ich ganz genauso, Evie. Wir brauchen die Rooks. Du gründest keine Gang namens Rooks. Vielleicht habe ich auch eine Idee beizusteuern. Wir müssen die Polizei dazu bringen, uns nicht zu beachten. Ich habe einen Vertrauten, Sergeant Eberline. Er gilt als Meister der Verkleidung. Außerdem Kinder. Kinder? Kinder. Kinder sind exzellente Spione. Clara O'Day. Schlau wie ein Fuchs, die Kleine. Und schließlich sollten Sie eins nicht vergessen. Starric arbeitet nie allein. Er hat Gangführer in jedem Bezirk. Sie lernen sich schon bald kennen. Jede Wette. Rexford K.Lock. Bekannt für seine Fähigkeit, vor alle Augen zu verschwinden. Und nun soll er endgültig verschwinden? So sieht es aus. Einen Moment. Ähm. Ein Templer-Ziel, das Sie sich ansehen sollten. Seien Sie vorsichtig. Er ist traurig da draußen. Machen Sie sich nur keine Sorgen, Greeny. Mit ein paar Schlägern komme ich klar. Ich muss sagen, ich mag jetzt schon den Bruder mehr als die Schwester. So, das war schon wieder eine Sequenz. Und wir haben alles gemacht, was man machen kann. Und wir bekommen hier eine Karte von London. Gut, drücken wir mal. Moment. So. Was sehen wir hier? Das A. Die nächste Sequenz, oder wie? Moment, Moment, Moment. Empfohlenes Level 2. Gang-Quartier. Straßen-Kind. Und hier, was haben wir hier Schönes? Templer-Jagd. Gut. Ich würde sagen, wir machen als erstes so ein Gang-Ding. Denn ich finde die Idee super. Oh, ein mächtiger Hoheit. Du bist doch der mit den großen Träumen. Die Games, die Kämpfe, sogar die Klamotten, die ihr tragen werdet. Vielleicht solltest du vorangehen. Ja, das mache ich auch. Wenn du darauf bestehst. Ich habe einen Plan. Ich habe eine Vision. Was hast du? Okay, wir können auch wechseln. Wenn wir wollen. Aber ich will nicht. Weil er hier, er gefällt mir besser. Weißt du warum? Weil er ein Macher ist. Und kein Träumer. Und? Ich will hier drüben hin. Okay, irgendwo hier ist wieder eine Truhe in der Nähe. Wahrscheinlich unten. Ja, die werden wir einsammeln. Die werden wir so nach und nach irgendwann alle einsammeln. Jetzt will ich erstmal hier ein bisschen vorankommen. Fortschritt. Okay, das Klettern haben sie wirklich noch einfacher gemacht. Geht auf jeden Fall flüssiger von der Hand. Und man muss wirklich gar nicht mehr nachdenken. Wir kommen hier wirklich an jeder Wand hoch. Davor musste man ja noch überlegen. Ist da irgendeine Vertiefung? Eine Öse? Ein Stück Schnur oder sowas, wo man greifen kann? Ein Seil? Aber hier? Keine Ahnung. Der Mann ist wie Spider-Man. Der kann überall hoch, kommt überall ran. Und ja, London gefällt mir gut. Sehr mächtig. Die breiten Straßen. Dann noch mit den Kutschen. Gut. Also, schauen wir mal. Hier unten spaziert einer rum. Level 2. Und wir müssen Leute befreien. Zehn Gegner töten und Leute befreien. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Identifizieren. Ein Speer. Vorteil. Oh, gut. Die sollen wir töten, damit hier keine Verstärkung kommt. Wow, Jungs. Der Speer ist tot. Verstärkung wird keine kommen. Oh, 5. Auch 5. Reiche Männer, die ich hier töte. Da ist einer. Hier sind 2. Dann erstmal sterfen. Und hier ist eine Kiste drin. Gib mal her den Plunder, du. Und Leder. Weißt du was? Die beiden hier hole ich elegant weg. Kriege ich beide auf einmal? Ja. Doppelattentat. Aber auf jeden Fall schuldest du mir was. Guck mal, sie kennen schon meinen Namen. Ich meine, ich bin eine halbe Stunde in der Stadt. Und schon kennt jeder meinen Namen. Und kennt die Rooks. Krass, oder? So schnell geht das. So, hier ist da noch einer. Den müssen wir wegholen. Vielleicht kann ich den elegant mit einem Messer wegholen. Die Dächer sind sauber. Da ist niemand. Da vorne kann ich ihnen was einsammeln. Ne, 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 ne. Nicht mit der Knarre, du. Nicht mit der Knarre. Wir nehmen mal hier Wurfmesser. Und ich habe jemanden gerettet. Wie, hat das jemand gesehen? Oh, da ist ja noch jemand. Das muss einer der Klinkers sein. Ah, eine Frau. Ich verprügel Frauen. Ich bin voll der krasse Typ. Hier, Sack. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Habe ich ihm eben gerade an den Haaren gezogen? Hey, das ist einer von meinen Jungs, ja? Lass ihn mal schön in Ruhe, Dudes. Mir fehlt noch so ein bisschen der schwere Angriff. Aber ich wette, sowas kommt auch noch. Du bist kein Verlust gewesen. Nein, absolut nicht. Hey, das war die Stimme von JD. Ja, Ubisoft hat immer gute Sprecher, wie ich finde. Und ich schlag schon wieder eine Frau. Ich bin voll der Assi. Shut up, Bitch. Und schon gehört der Laden uns. Gangquartier abgeschlossen. Whitechapel. Sie scheinen sich für meinen Boss zu interessieren, Mr. Fry. Oh, Interesse ist untertrieben. Aber Sie reichen fürs Erste. Wie Sie meinen. Ui, das ist meine Gang. Ich sag euch, würde ich in der Zeit leben, ich würde auch eine Gang gründen. Ist doch irgendwie saukool, oder? Street Gangs. Wie ich hier die Augen ausgedrückt habe. Ich bin verdammt gut im Schlagen von Frauen. So, Leute. Es war eine coole Folge. Gebt dem Ganzen eine Bewertung. Würde mich freuen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Wie findet ihr es? Das Ganze hier mit den Gangs. Ich finde es gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Und tschüss. Tschüss.